NINTENDO Achso Ehre dem Pilz Königreich Und Freundschaft unseren Ländern König Marmela sendet euch dies Holy shit Ähm Verarscht Ja Ähm 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 Ja Das ist nicht gut Ach du Heilige Unterdessen Ein Notfall Hörst du denn kein Radio? Wir haben kein Radio Nö Nö Wow Mario Okay, das ist jetzt echt komisch, wir müssen den Toad steuern Da ist ein Bild von Peach Mario und Lüsch sind nicht schwul, sie schlafen in verschiedenen Betten Ähm Oh, da kommt drauf raus, schau mal was da abgeht Nanu, das singt doch jemand Aaaaa Äh Äh Häh Nu Du Perverser verk Pfff Pfff Pfff, 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 Pfff Nein, ich will nicht mit. Wie ihr merkt, hat das Spiel viel Humor. Bowser! Oh, oh. Peach Find? Achtung, jetzt kommt euch noch was Lustiges. Brunk. Nicht so fassen, als hätten wir nicht schon genug Probleme. So eine Frechheit, mich einfach hinter euchs anzugreifen. Let's go. Wie ihr es vielleicht jetzt merkt, das Spiel ist ein RPG. Boom. Yeah. Und zwar nicht nur einer, wo man nur A drückt, A drückt, A drückt. Mario! In der Sekasse lange Zeit? Nein, brauchst du nicht, weil... Das kann ich auch verkehren. Man braucht da halt richtiges Timing. Zum Beispiel, bam, kriegt man zwei Schaden. Und wenn du brauchst, dann kann man da auch Schaden ausweichen. Mario, halt die... Kannst du nicht mal... Nein! Und hopp. So, da leh. Das Spiel ist ein RPG. Oh, scheiße. Warum weint Peach überhaupt? Find wir... Was jetzt? Die Lage ist viel zuerst für so ein Unfug. Stimmt, etwas Schreckliches hat sich ereignet. Eine vermeintliche Freundschaftsbotschafter aus dem benachbarten Bodenland war hier im Pilzpalast. Diese Schuft hat die Stimme von Prinzessin... Die Stimme? Oh, oh. Wow. Bombige Stimme. Und jetzt hat die Prinzessin diese bombige... Alter. Meine Sprüche. Brr, brr. Alter. Hör auf zu... Hör auf zu reden. Hör auf. Bitte. Mit der Stimme bleibt mir Peach mein Platz kurz und klein. Falls sie nun ja zu Besuch ist. Mario, du musst etwas tun. Mario, bitte, bitte, bitte. Du musst der Prinzessin ihre schöne Stimme zurückbringen. Der Täter ist bekanntermaßen bodenländischer Herkunft. Du solltest die Sache mal direkt im Bodenland untersuchen. Wir finden den Täter, knöpfen ihm die Stimme ab und bringen sie zurück. Mit meinem fixen Krupa-Chats sind wir flugs im Bodenland. Mario, komm, wir müssen los. Wow. Ja. Echt super. Okay. Ein neues Abenteuer beginnt. Aber du scheinst mir ein wenig aus der Übung zu sein. Ey. Sieh dich doch erstmal um und vertrete die Beine. Ich spiele auch mit den Toast, die haben sich einige Tipps parat. Also, wir sind Mario, wir können mit Arsch bringen. Nicht zu hoch, aber... Oh, ich glaube, ja. Okay. Es gibt eigentlich nichts zu sagen, wirklich, aber... Dann gibt's noch wieder... Ja, den Boxen, da, bäm, kriegt man Pilze. Was ist... Oh. Ein Dings. Das gehört dem Typen da. Ja, das ist es. Du hast mein Dings gefunden. Ich würde gerne wissen, was das Dings ist. Ein Dildo, aber... Keine Ahnung, ich... Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Äh, ja... Da, 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 da. Da ist Bauer so hin. Mensch, der kann abdüsen. Okay. Dann haben wir noch. Bäm. Ein Pilz. Ja, meiner. Ja, komm, gib her. Ja, ein Superpilz. Das hat sich doch gelohnt, ne? Hey Luigi. Was hast du zu sagen? Blablabla. Bausar. Wus. Blablabla. 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 Ich ist anlegen gegangen. Blablabla. Ähm, dann gibt's hier die Speicherblöcke. Da kann man speichern dran. Mach ich jetzt, glaube ich, auch mal. Da kann man speichern. Da mache ich jetzt vor... Also, das Speichern spule ich immer vor, weil... Da dauert die weg. Okay. Mario! Jo? Hey Toadsworth, wie geht's, der Aktersack? Puh, gerade auch rechtzeitig. Schau mal, ich habe den idealen Koffer für deine Reise mitgebracht. Du kannst ihn mit Items und frischer Wäsche füllen. Bitteschön. Er gehört nun dir. Da, 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 da. Ja, äh... Drück gesättigt und dein Koffer zu öffnen. Warum nicht Start? Äh, ich weiß nicht. Okay, ist gut. Ähm... Woo, 100 Münzen. Also... Oh, Luigi, du gehst auch nach Bodenland? Nö, nö, ich nicht. Nicht, ich sag nur Tschüss. Du bringst Mario zum Flieger? Ja, das hatte ich auch vor. Mario, ich gehe aber schon mal vor und erwarte euch an dem Koperchat. Okay. Ja, mein Name? Du bist dran. Wir brechen auf. Los, komm endlich an Bord. Huuuuh. Huuuuh. Was sagst du jetzt? Das ist der Koperchat, meine neueste Waffe. Schau Tschüss. Sag ich doch. Aber nur, wo sind meine Leute? Rainer, an Bord. Wo bleibt der Haufen? Du? Willst du etwa meine Armee? Ah, verstanden. Ganz dringend willst du also mit. Ähm, ich? Ich? Genau, du da. Ne, 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 ich nicht. Nein, 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 danke. Nicht so schön strahlen. Du siehst zwar nicht besonders hell aus, aber komm ruhig mit. Nein, 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 hier geblieben. Punkt. Eure Widerlichkeit. Die Bowser-Armee ist so eben eingetroffen. Hey, hier sammeln wir uns, ihr Nasen. Hahaha. Waaaaa. Alle waren angetreten. Wir gehen an Bord des Koperchats. Huuu. Äh. Tschüssi. Hahaha. Einfach köstlich unser neuer Zugang. Los, starten wir endlich. Eure Schmutzigkeit. Alle Männer, alle Männer an Bord. Nur bis auf allen. Was? Sofort starten. Starten wir euch. Oh nein. Und wer ist der Typ, der nicht an Bord ist? Luigi. Hm. Ah, nein. Ich will nicht mit. Ich will nicht mit. Komm her. Nein, nein. Dum. Luftraum über den Pilzkönigreich. Dum, dum. Ich wollte nicht mit. Eine Durchsage für die Passierschere. Mario und, äh, oho. Grünkäppchen. Hä? Ja. Äh. Mario und Grünkäppchen. Zugehört. In Kürze erreichen wir Bohnenland. Also öffnet ihr selten Koffer und sortiert euer Gepäck. Danach habt ihr euch auf dem Oberdeck einzufinden. Okay. Okay. Das ist der Koffer. Wir haben hier Items. Kleidung. Blaumann. Und Action Sheet ist okay. Und die Brüderinfo. Das heißt, wie viel ihr noch Erfahrung sammeln müssen, bis die zum Level kommen. HP, BP, BP erkläre ich später. Angriff, Verteidigung, Geschwindigkeit und Bart. Bart ist sozusagen die Glückstreffer. Okay. Wir speichern. Und im nächsten Part geht's ab. Und, also im nächsten Part erkunden wir den Koper Chat. Bis dann sage ich, auf Wiedersehen. Tschüss.